Modelltech SA ist von der Autobahnausfahrt Sion Ost aus einfach zu erreichen und bietet auf einer Fläche von 320 Quadratmetern alles rund um den RC Modellbaubereich. Das Geschäft verfügt über ein großzügiges Sortiment mit zahlreichen Modellen, Ausstattungen und Ersatzteilen. Das Modelltech Team verfügt über langjährige Erfahrung, bietet fachmännische Beratung und übernimmt auch die Montage, die individuellen Einstellungen und die Reparatur sämtlicher Modelle, sozusagen alles aus einer Hand. Parallel hierzu erteilt Modelltech Einführungs- und fortgeschrittenen Kurse für die Steuerung von RC-Hubschraubern und Flugzeugen. Die Firma Modelltech liebt Perfektion und Organisation, hat einen Cars Club gegründet und auf einer 410 Quadratmeter großen Fläche eine Indoor-Autostrecke eingerichtet, die täglich geöffnet ist. Garantierte Rennatmosphäre und geteilte Leidenschaft. Modelltech – Modellbau für jedermann und für jede Frau.